Hi Freunde und herzlich willkommen, hier war ArchieGaming, Flo wieder am Start. Heute gibt es ein weiteres Squad Building Challenge. Wir kümmern uns heute um die SPC, die vorhin rausgekommen ist, die Dries Mertens SPC. Hol dir ein Serie A Team of the Season Spezialobjekt von Dries Mertens. Sechs Tage läuft diese SPC, vier Segmente müssen wir abschließen und es geht um diese wunderbare Karte. 95er Stürmerkarte von Dries Mertens und diese wollen wir uns heute mal genauer anschauen. Mit dem Format, lohnt sich die SPC, ja oder nein? Die SPC ist vorhin rausgekommen, gestern kam eine Rückblick-Alexandro-SPC. Dazu habe ich noch kein Video gemacht und es kann sein, dass ich heute Abend noch als zweiten Upload dann die Rückblick-Alexandro-SPC hochlade. Also dabei uns auch mit dem Format, lohnt sich die SPC, ja oder nein, um diese Karte kümmern. Könnt ihr euch also auf jeden Fall auch schon mal darauf freuen. Jeden Donnerstag gibt es ja die Top-Partien, für die, die schon länger mit am Start sind, wissen da auf jeden Fall Bescheid. Und das Format, lohnt sich die SPC, ja oder nein? Kurz erklärt, wir schauen uns die Karte natürlich an. Wir schauen uns an, okay, was gibt es für positive und was gibt es für negative Sachen zu dieser Dries Mertens SPC. Im Titel, könnt ihr auch wahrscheinlich schon sehen, meine Meinung, ich finde diese SPC ein bisschen zu überteuert. Denn die erste Frage, die man sich natürlich stellt ist, was kostet diese SPC? Und das kann ich euch jetzt auf jeden Fall schon mal sagen, 800.000 Münzen. Ich finde es ja auf jeden Fall krass überteuert. Was ist eure Meinung? Das ist die Frage an euch und eure Meinung könnt ihr gerne in die Kommentare ballern. Wenn ihr also sagt, hey, das Ganze lohnt sich oder ihr sagt, hey, das Ganze lohnt sich gar nicht, dann bitte mit Begründung in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt, was ihr sagt. Ich möchte gemeinsam mit euch heute ein Fazit bilden zu dieser SPC und ich möchte mit euch gemeinsam im Kommentarbereich natürlich diskutieren. Bevor das Video richtig losgeht, zerstört gerne den Like-Button. 200 Likes gebe ich heute wieder als Ziel raus. Und ihr wisst Bescheid, Support ist kein Mord. Wir haben jetzt die 24.000 Abonnenten geknackt. Also da fettes Dankeschön an euch. Road to 25k lebt weiterhin. Und das wäre natürlich nice, wenn wir gemeinsam diesen Monat das noch rocken könnten, die 25.000 zu erreichen. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr nice. Und damit starten wir rein. Kommentieren, wie gesagt, nicht vergessen. Schön aktiv sein. Und außerdem schauen wir uns natürlich gleich die SPCs auch selber an. Ich habe euch Lösungen wieder vorbereitet, wie das bei dem Format so ist. Wir schauen uns an, was gibt es für Packs zurück. Ja, und insgesamt werde ich euch die Frage hoffentlich beantworten können, für wen lohnt sich die SPC und für wen halt nicht. Meine Meinung ist, wie gesagt, das Ganze ist überteuert. Und das werde ich euch heute auch genau sagen, warum das so ist. Also, Dries Mertens, die Karte selbst, habe ich euch eben schon mal kurz gezeigt. Damit wollen wir heute mal anfangen und fangen an mit der Spieler-Bio selbst. Also, er ist 1,69 groß. Meiner Meinung nach ist das einfach zu klein für das Spiel selbst. Wir haben diese Kopfballmeter momentan im Spiel. 1,69 für mich definitiv zu klein. Vielleicht als Szena besser als auf den Außen und im Sturm. 1,69 für mich persönlich, wie gesagt, ist für mich zu klein. Hochgering sind da die Arbeitsraten. Damit kann man sehr, sehr gut arbeiten. Das gefällt mir eigentlich sehr gut. Das kann auf die positive Seite. Hochgering Arbeitsraten finde ich top. Starker Fuß ist der rechte. Kann man sich merken. Kann man da aber jetzt auch nicht wirklich positiv oder negativ zuordnen. Weiter geht es dann mit dem Schwachen und den Spezialbewegungen. Also, schwacher Fuß und den Spezialbewegungen. 4 Sterne, 4 Sterne haben wir da am Start. Das ist auf jeden Fall auch auf der positiven Seite. Klar, jetzt keine davon als 5 Sterne. Aber 4 Sterne, 4 Sterne, das ist auf jeden Fall mit einer Sache, wo man arbeiten kann. Er kann Laco Riquetta etc. Und deshalb 4 Sterne, 4 Sterne top. Das auf jeden Fall schon mal dazu. Außerdem werden wir uns natürlich auch gleich anschauen, gibt es eigentlich vergleichbare Karten zu der Dries Mertens SPC. Auf dem Transfermarkt vielleicht. Ja, und das werden wir uns natürlich anschauen. Denn eines muss man sich natürlich auch bewusst machen. Wenn man diese SPC abschließen will und 800k hinlegen will, man bekommt eine Untradable Karte zurück. Es ist eine 95er Karte, alles klar. Alles schön und gut, aber es ist eine Untradable Karte, wofür man 800.000 Münzen hinlegen muss. So, und jetzt gehen wir zu den Attributen. Und ich meine, schaut euch diese Werte an, versteht mich da nicht falsch. Das sieht schon sehr, sehr nice aus. Tempo 96, 99er Antritt, 91er Sprintgeschwindigkeit. Geil. Top. Gibt es nichts anderes zu sagen. Schuss 95er, Schuss. Sehr, sehr geil. 99er Stellungsspiel, Abschluss 98 für mich die wichtigsten Werte beim Schuss. Die ersten beiden Stellungsspielen und Abschluss, die sind hoch. Volleys sind bei ihm nur bei 80. Kann man aber je nachdem ja auch noch boosten. Das ist aber das, was auf jeden Fall auffällt als negativ bei dem Schuss. Passspiel, aber auch hier Übersicht am Start. Kurzer Pass, langer Pass. Die Passdinger, komplett alles ausgeglichen. Als Zehner wird er auf jeden Fall auch sehr gut machbar sein. Aber auch auf den Außen mit Flanken, wenn er denn da zum Beispiel dann nicht in den Kopfballduell gehen muss. Dribbling ist am Start mit 97. Guckt euch das an. Es ist einfach alles im dunkelgrünen Bereich. Und da kann man einfach nichts Negatives gegen sagen, gegen das Dribbling. Die DEF wiederum, da fällt natürlich die Kopfballpräzision auf. 45er Kopfballpräzision. Das passt natürlich nicht zur Meta. Also es ist kein Metastürmer und deshalb bin ich da auch unsicher bei dieser SPC. Ich habe auch gedacht, okay, vielleicht ist sie nicht zu teuer. Aber ich zeige euch gleich vergleichbare Karten, wo ich sage, okay, Preis-Leistungs-mäßig kommt er vielleicht damit dann besser klar. Physis, da haben wir eine Ausdauer von 99, top. Er hat Hochkering sowieso schon als Arbeitsrate. Das heißt, er hat kein Hoch-Hoch oder so, wo er die ganze Zeit Ausdauer verbrennen würde. Ausdauer bei 99, top. Sprungkraft bei 85, die hat er dann immerhin als sehr, sehr kleiner Spieler. Da muss man auf jeden Fall das positiv sehen. Aber dann nochmal der fette negative Punkt mit Stärke, 59. Und ich weiß nicht, wie ihr eure Erfahrungen gemacht habt, aber ich habe mit meinem Hazard zum Beispiel sehr, sehr negative Erfahrungen gemacht, was Stärke angeht. Ja, auch so ein Messi ist da immer bedroht. Aber sein Totti zum Beispiel hat gewisse Stärkewerte und eine Aggressivität dann hier von 83. Also mir gefällt einfach diese Art von Spielertypisch. Er ist klein, er hat nicht viel Stärke, der wird direkt weggeballert von Gegenspielern, von dem Van Dijk zum Beispiel. Und da kann er sich einfach nicht durchsetzen. Sonst die Werte, top. Tempo ist da, Schuss ist da, Passspiel ist da, Dribbling. So, versteht mich da auf jeden Fall nicht falsch, aber das ist der erste Eindruck jetzt von Dries Mertens. Zur SPC selbst, wie gesagt, wir müssen vier Segmente abschließen. Da werden wir uns natürlich gleich auch noch in die Rechnung die Packs mit reinnehmen. Aber erstmal schauen wir uns die Squads generell an. Da haben wir einen 86er Squad mit einem Team-Aufthorik-Spieler, den wir hier abgeben müssen. Einen Neapel-Spieler, 80er Team-Chemie. Dann haben wir als Serie A-Squad mit zwei Team-Aufthorik-Spielern und einem 86er Squad auch hier. Dann haben wir einen Belgien-Squad, da muss ein Belgier am Start sein, ein 87er Squad und eine Team-Chemie von 70 nur. Und dann 75 Team-Chemie und ein 86er gerateter Squad. Also, drei 86er, ein 87er und dann hier insgesamt drei Informs am Start. Was kosten euch die SPCs jetzt einzeln? Da kommen wir bei der ersten SPC zu fast 200k, 205k, die ihr hier hinlegen müsst. Serie A-Squad 210k. Belgien-Squad 205k und 180k, dann nochmal der normale 86er geratete Squad. Ja, und die SPCs geben natürlich Packs zurück, ja. Und da kommen wir zum nächsten Punkt. Und da haben wir in der ersten SPC ein 45k-Set. Dann haben wir hier ein seltenes Mega-Pack, 55k-Set. Dann haben wir hier unten ein seltenes Spieler-Pack, also 50k-Set. Und dann ein Mega-Pack, 35k-Set als letzten Pack-Reboard. Also, vier Packs bekommen wir generell zurück. Ein Pack-Wert von 185k. Aber, was wir definitiv mit reinrechnen müssen, das heißt, wenn wir 800k ausgeben, bekommen wir zurück schon mal die Packs in einem Wert von 185.000 Münzen. Dann kommt es natürlich darauf an, hat man Pack-Lack oder nicht. Das möchte ich aber jetzt hier nicht mit in die Rechnung mit reinnehmen. Und dann, was wir auch noch zurückbekommen, ist natürlich die Karte selbst. Die zählt als 95er geratete Karte, theoretisch, weil man kann sie ja theoretisch auch noch in der SPC abgeben, aber als mehr kann man das Ganze wertmäßig nicht sehen. Und dann bin ich mal zu Footbank gegangen und habe mir das Ganze angeschaut, was ist die billigste 95er-Karte eigentlich. Und da bin ich auf eine Team-of-the-Season-Sommer gestoßen. Also auch eine Team-of-the-Season-Karte, genauso wie es Dries Mertens ist. Und die liegt bei 105k. Also bekommen wir hier zurück 290.000 Münzen, fast 300k von den 800.000 Münzen, die wir dann hier hinlegen. Ich weiß Bescheid, dass ihr das Ganze natürlich auch günstiger machen könnt durch untauschbare Spieler. Wenn ihr zum Beispiel einen Kroos oder so habt im Verein, könnt ihr das natürlich dann von den Kosten her natürlich senken. Im Endeffekt habt ihr aber trotzdem natürlich 800.000 Münzen für diese SPC hingelegt. Gleich, bevor wir jetzt nochmal die SPCs uns anschauen, gehen wir hier im letzten Spot nochmal auf den Vergleich drauf ein. Und da werde ich explizit euch nochmal sagen, warum ich finde, dass sich diese SPC, wie gesagt, nicht lohnt. Weil ich finde sie einfach zu überteuert. Es ist eine geile Karte, versteht mich da nicht falsch. Aber 800.000 Münzen für eine Dries Mertens Team of the Season-Karte, yeah, da habt ihr einfach wieder irgendwas falsch gemacht. Es ist einfach too much, es ist einfach too much. Ganz, ganz einfach das nochmal, um das Ganze zu sagen. So, der erste Squad mit dem Neapel-Spieler sieht folgendermaßen aus. Ist eine Möglichkeit, wie ihr das Ganze abschließen könnt. 205k müsst ihr dafür hinlegen. Dafür haben wir einmal einen Team of the Week-Spieler Donnarumma am Start. Haben das Ganze damit abgehakt und dann Serie A-Squad. Und ihr seht es ja, und da haben wir Donnarumma am Start, da haben wir einen Jean Cancelo, wir haben einen De Frey am Start. Außerdem dabei ist ein Koulibaly mit einem Perra, mit einem Quadrado, mit einem Naingulan, mit einem Kidera, mit einem Chesney, mit einem Manzukic, mit einem Dzeko. Das ist der Squad, ihr seht, zwei Spiele habe ich hier auch schon am Start. Ihr müsst hier nichts machen mit Position-Change oder Loyalität. Das könnt ihr 1 zu 1 so nachbauen. Also Neapel-Squad damit fertig. Ja, das würde euch jetzt, wie gesagt, schon saftige 200k kosten. Der erste Squad kostet euch 210k. Das hier ist folgende Lösung mit zwei Team of the Week-Spielern. Einmal ein Alisson, der hier als Team of the Week-Spieler am Start ist. Und der zweite Team of the Week-Spieler ist Renato Augusto. Hier seht ihr jetzt Team-Chemie, mindestens 75. Hier müsst ihr tatsächlich Position-Change-Card anwenden. Einmal hier den Manzukic zum ZOM machen. Den zum Elend, den Insigneur. Und den Willian zum rechten Mittelfeld, um hier, wie gesagt, auf die 75-Team-Chemie zu kommen. Denkt da bitte dran, macht das. Und falls ihr das Ganze, wie gesagt, 1 zu 1 nachbauen wollt. Aber im Idealfall benutzt ihr natürlich auch untradable Spieler, Spieler, die ihr im Verein habt. Und kommt so, wie gesagt, auf eine Lösung. So, das ist, wie gesagt, jetzt nur eine Option. Alles son, wäre das dann. Wir haben dann Willian, wir haben Filipe, wir haben Koulibaly, Insigneur mit Paulinho, mit Pjanic, mit Renato Augusto, Oskar, Mandzukic und vorne einen Jonas. Das wäre der zweite Serie A-Squad fertig. Und dann kommen wir zu Belgien. Da haben wir als Belgier einen Witzler am Start. Seht ihr als ZDM-Spieler in der Innenverteidigung. Hier haben wir jetzt wieder eine Lösung, die könnt ihr 1 zu 1 nachbauen. Ohne Position-Change, ohne Loyalität. Überhaupt kein Problem. Und hier haben wir folgende Spieler am Start. Auch hier wieder für mich untradable Spieler, zum Beispiel ein Hummels am Start. Wenn ihr den habt, könnt ihr natürlich schon mal Coins da auf jeden Fall sparen. Und ja, sonst ein 87er-Squad, kein Team-Aufs-Rugspieler hier am Start. Mit einem Testsägen, mit einem Süle, mit einem Hummels, mit Witzel, William Carvalho, mit Kroos, mit einem Quaresma, mit Coutinho, mit Bruno Fernandes, mit Dost und wieder Jonas vorne drin. Also, das wäre jetzt hier der 87er-Squad, den wir abgeben müssen. Und dann kommen wir zum letzten 86er-Squad, bevor wir dann zum Vergleich jetzt am Ende des Videos kommen. Da haben wir eine Team-of-the-Season-Karte am Start, zum Beispiel hier einen Vlachro-Dimos. Dann geht es weiter mit einem Alisson, dann Filipe, dann Pepe, Danilo Pereira, dann Ciech, dann haben wir Blind, dann haben wir Bruno Fernandes, Braimi, dann ein Tadic, der für mich untradable sein dürfte. Der kostet aber auch nur 15, 16, 17k auf dem Transfermarkt. Und dann haben wir einen Dost. Also, diese SPC, die könnt ihr auch wieder 1 zu 1 nachbauen, könnt ihr 1 zu 1 so kaufen und hinstellen. Und fertig ist das Ganze. Auf der Bank kommen wir jetzt zum Vergleich. Und da kommen wir jetzt zu der Frage nochmal, warum sich das Ganze, wie gesagt, meiner Meinung nach nicht lohnt. Also, die Dries Mertens SPC kostet, wie gesagt, 800.000 Münzen. Würdet ihr 800.000 Münzen für diese Mertens SPC auch auf dem Transfermarkt ausgeben? Das müsst ihr euch mal selbst fragen. Und für wen lohnt sich die SPC? Da würde ich jetzt sagen, für den, der Dries Mertens unbedingt haben will. Wer ist Dries Mertens Fanboy? Wer ist Neapel-Fan vielleicht sogar? Wer will unbedingt diesen Dries Mertens spielen? Wer sagt, der macht auf jeden Fall meinen Squad besser? Der soll hingehen und diese SPC machen. Für all diejenigen, die sich da auch unsicher sind, ob sie diese SPC abschließen wollen, habe ich jetzt einfach mal beispielsweise vier Team-of-the-Season-Karten, neue Team-of-the-Season-Karten aus der Serie A, auch Offensiv-Leute hier nebenan geballert. Und den ersten, den wir vergleichen wollen, ist Mertens mit Gomez. Hier wird es interessant, denn er hat auch vier Sterne, vier Sterne. Er hat Hochmittel als Arbeitsraten. Klar, da ist ein Unterschied. Aber er ist auch ein kleiner Spieler. 1,65 Meter, vier Zentimeter kleiner als ein Mertens. Auch er mit einem starken Fuß auf rechts. Und wenn wir uns die Werte mal anschauen, ja, dann sehen wir da eigentlich eine gewisse Ähnlichkeit. Er hat sogar plus sieben Sprungkraft, wie wir hier sehen können. Aber auch sonst, alles andere, teilweise besser, teilweise auch schlechter, aber ähnlich. Alles im dunkelgrünen Bereich. Tempo 99,96, Schuss 95,90. Wir haben ein paar Spiele, 91 Mertens. 97 hat dann wiederum ein Gomez. Dribbling hat auch wieder einen mehr, aber sehr, sehr ähnlich. Defensive ist auch schwach. Defensive 44. Gomez hat dann wieder die 55. So, Physis-Werte, Ausdauer ist am Start, Sprungkraft. Ihr seht also, warum ich diese beiden erstmal jetzt vergleiche. Tja, und was kostet so ein Gomez eigentlich auf dem Transfermarkt? Und das schauen wir uns jetzt direkt mal an. Und ihr seht, der kostet halt keine 800k. Er kostet halt roundabout vielleicht 600k. Vielleicht wird er gleich mal draufgestellt für 600 glatt. Aber ihr seht, an die 600k kostet diese SBC. Also, da liegen auch schon mal Differenz 150k zwischen. Korea wäre dann eine weitere Karte. Die habe ich jetzt einfach mal genommen. Die hat auch 4 Sterne, 4 Sterne. 1,89 ist aber rum groß. Also, da ist auf jeden Fall ein Metaspieler am Start. Der hat wiederum aber keine Sprungkraft und Kopfballpräzision. Von der Größe her ist es aber ein größerer Spieler. Und wenn wir die beiden jetzt mal vergleichen, seht ihr auch hier. Der hat einen Top-Schuss. Der hat Top-Tempo. Passspieler hat er auch. Die wichtigen Werte auf jeden Fall geboostet. Der hat halt keine Freistoßpräzision. Dribbling sieht bei dem auch noch nice aus. Defensive kommt bei ihm auch halt wirklich als schlechtester Wert rein. Und dann haben wir die Physis bei ihm, wo er halt diese 90er Stärke hat im Vergleich zu einem Mertens. Er hat aber, wie gesagt, kommt auf euren Spielziel an. Keine Sprungkraft oder keine Kopfballpräzision. Da müsst ihr, wie gesagt, darauf achten. Aber auch eher ein offensiver Spieler. Und der kostet halt wirklich nur ein Appel und ein Ei im Vergleich zu einer Mertens-SBC. Dann kommen wir zur Qualiarella. Das ist mal eine richtig kranke Karte. Der Oldie ist am Start. 1,80 ist er groß. 4 Sterne, 4 Sterne hat er auch eher. Also ihr seht, alle 4 Sterne, 4 Sterne. Und hier haben wir natürlich... Oh mein Gott. Also sorry Leute. Aber diese Karte ist ja mal richtig krass von Qualiarella. Und was kostet denn diese Karte? Tja, schaut euch das mal an. Er kostet keine 800k. Deshalb, Leute, wenn ihr euch unsicher seid, geht mal gerne auf einen Qualiarella. Der hat auch 4 Sterne. 4 Sterne ist 1,80. Ist größer als so ein Mertens. Klar, er hat nicht so ein krasses Tempo. Er hat aber auch ordentlich Tempo mit 89. Er hat einen ordentlichen Schuss. Einen richtig krassen Schuss. Er hat ein ordentliches Passspiel. Auch besser als ein Mertens. Und dann leicht schlechteres Dribbling. Und wir haben eine Defensive, die besser ist. Kopfballpräzision. Und da ist dieser Metaspieler wieder am Start. Kopfballpräzision von 99. Sprungkraft von 89. Wie geil ist das denn bitte? Und wie gesagt, dann haben wir die Ausdauer. 99 ist es nicht. Aber eine 85er Ausdauer komplett ausreichend. Und eine Stärke von 98. Also Leute. Da ist halt wie gesagt dieser Vergleich. Vor allen Dingen bei den beiden. Wo ich mir einfach denke, sorry Leute. EA, da habt ihr das leider verkackt. Diese SPC einfach zu überteuern. Und dann haben wir als letzten einen Zapata am Start. Er auch wieder ein größerer Spieler. 1,89. 4 Sterne, 3 Sterne hat er aber jetzt hier im Vergleich. Und auch er hat einen Bombenschuss. Er hat Bombentempo. Das Passspiel ist nicht so krass. Aber er hat halt den kurzen Pass auf 98. Und Dribbling bei ihm auch am Start. Aber er ist auch dieser Metaspieler, weil er Kopfballpräzision und Sprungkraft sehr, sehr hoch hat. Er ist größer. Er hat keine krasse Ausdauer im Vergleich zu Mertens. Aber halt diese Stärke. Also das wie gesagt finde ich wichtiger für meinen Spielstil. Die Frage ist halt jetzt nur, was meint ihr? Geht ihr auf den Mertens oder sagt ihr, okay die Alternativen sind eigentlich so groß. Wenn ich einen Serie A Sport E habe, dann kann ich gerne mal einen Gomez mehr austesten. Und sagen, okay wenn ich keinen Bock mehr auf den habe, verkaufe ich den halt wieder. Ich teste mal einen Quagliarella und gucke mal wie der so ist. Verkaufe den halt wieder, wenn ich keinen Bock auf den habe. Oder hole mir jetzt zum Beispiel mal einen Zapata. Der auch wie gesagt viel viel kostet. Aber keine 800k. Und ja, wenn ich keinen Bock mehr auf den habe, verkaufe ich ihn halt. Also da ist auf jeden Fall die Möglichkeit. Mit einem Mertens ist diese Möglichkeit dann nicht mehr gegeben. Die schließt ihr ab, diese Karte. Ja und das war es dann. Also die könnt ihr halt wie gesagt dann nicht mehr verkaufen. Insofern wie gesagt, meine Meinung ist, sie ist zu überteuert. Was sagt ihr zu der Dries Mertens SPC? Das ist jetzt die Frage an euch. Ich bin gespannt, was eure Meinung zu dieser SPC ist. Und damit soll es das gewesen sein zu der Dries Mertens SPC. Ich hoffe es hat euch gefallen. Ich konnte euch ein bisschen helfen bei der Entscheidung, ob ihr sie abschließt oder nicht. Und ich hoffe wir sehen uns dann gleich wieder. Wenn es heißt Flashback Rückblick Alexandro. Wenn wir uns darum dann kümmern. Und wieder mit der gleichen Frage. Lohnt sich die SPC? Ja oder nein? Ich finde wie gesagt nice, dass das Ganze eine Woche da ist. Das heißt man kann es auch wirklich, ja man kann sich Zeit lassen. Aber das ändert wie gesagt nichts daran, dass ich finde, dass sie überteuert ist. Also jetzt eure Meinung in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, zerstört den Like-Button. Und lasst auch kein Abo da, wenn ihr generell dieses Format feiert. Oder an SPCs an sich interessiert seid. In dem Sinne, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Euer Flo von Archie Gaming. Ciao Leute. Bis zum nächsten Mal.